Hallo, Eld in the Ring hier. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Ilri Barle, also mir. In der letzten Folge haben wir... Na, mach hin, na, komm. Haben wir diese Landzunge erkundet und beendet. Wir haben Schloss Morne. Wir haben hier, ähm, naja, bereinigt, sage ich mal. Und wir haben, ich glaube, hier irgend so ein Mistvieh gefunden. Darum kümmere ich mich später. Jetzt geht es aber erstmal hier weiter lang. Was ist das? Ah, ein Turm, okay. Ähm. Ja, hier ist dieses verpestete Dorf. Da ist eine Höhle, da möchte ich hin. Und ich glaube, ich nehme am besten... ...die, das da, genau. Da unten war's. Dann gehe ich hier so außenrum in Richtung Wald nach Süden, genau. So machen wir das. Wir haben ein paar neue Spielzeuge gefunden. Eine neue Fackel, die ich gleich ausprobieren könnte. Und, ähm... Ah, vor allem gegen Hunde. Und, äh, die Claymore. Hallo, Claymore. Yo, das war soweit. Äh, halt, 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 halt. Äh, Bolzen. Bolzen nachladen nicht vergessen. Ich muss neue Bolzen kaufen. Ganz wichtig. Äh, ganz wichtig. Die Munition ist nämlich fast alle. Yo. Träte wieder. Yes, träte wieder. Dankeschön. Ähm. Bolzen, ja, genau. Wie viel habe ich eigentlich? Moment, wie viel... Wie viel Bolzen habe ich? Ich habe... Nein. Ich habe... Äh... 41. 77 könnte ich mir holen. Ich meine, warum nicht? Sonst finde ich lieber ein bisschen mehr als wenig. Äh... Yo. Ich nehme zu viel, das geht. 3080. Yeah. Jawohl. Dankeschön. So. Das wäre das gewesen. Ich rüste mich mal... Um. Ich habe zur Zeit eine mittlere Last. Okay. Das wird eine große Last. Um, cool. Ich könnte ja mal vielleicht... Äh... Zumindest ein Schild wieder nehmen. Oh, ich habe jetzt zwei Messing-Schilde. Genau. Stimmt, ja. Ah, da wiegt aber auch... 4, 5, 5... 3, 5... Äh... Äh... Ähm... 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 Jo. Jo. Komm, wieso nicht? Yeah. Äh... Yeah. Uh... 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 Und... Dann wieder zurück dahin. Ich möchte mal diese Fakul gegen die Hunde probieren. Nope. Nope. Äh... So, dann sollte ich das... Sollte ich das über hierhin machen? Äh... Oh... Hey, 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 hey. Okay, ich habe irgendwie mehr Effektivität erwartet. Äh... Hör mal mit der Maus! Hilfe! Maus! Was zur Hölle? Alter, die Kamera! Oh mein Gott, was war denn das? Das war ja... Das war ja... ...dämlich! Okay, die Fackel ist doch nicht so gut. Äh... Dann lege ich es mal wieder raus. Alter, was war denn das gerade? Das war ja... ...blöd. Jetzt ziehe ich mich mal doch wieder zurück um. Solange ich das Schwert ausprobieren möchte. Ja, tut dazu. Okay. Äh... Status... ...mit der Last, jawohl. Meine Güte! Das war ja blöd. Ja. 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 Habe ich hier... Oh Mann, komm. Habe ich hier so einen Flieger... Warte mal. So ein Fliegevieh. Gehabt. Okay. Ähm... Ja, Hunde sind hier gefährlich. Oder zumindest nervig. Komm, ich nehme mich noch. Ah ja. Ja, so. Alliopp. Ich würde gerne mal... Ah, die werden vom Turm beschossen, oder was? Ah. Alles klar. Soll ich den Turm dort aufschalten? Okay. Okay. Alles klar. Ach, deswegen auch die toten Halbmenschen hier. Alles klar. Und ich vermute mal, die Pflanzen wurden hier absichtlich gepflanzt. So wie es mir doch erscheint, so strategisch gesehen. Das sind nur drei. Okay. Gut, das klappte wirklich nicht so gut. Das klappte überhaupt nicht gut. Oh, Fussel, das. Feinschutz. Was? Von wo? Mann, Alter, dein Ernst? Wow, dein Ernst? Na, hallo. Ich habe linksklick gedrückt, statt rechtsklick, aber okay. Ach, Mann, das nervt mich. Nein, hier. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich habe doch einfach nur schleichen können. Ich habe doch einfach nur schleichen können. Oh, danke schön. War eigentlich... Ja, das war was Neues. Oh, neue Schuhe. So. Moment. Ich komme schon. Äh, 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 sehr gut, sehr gut, das reicht. Hui. 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 Das wäre da dumm gewesen. Dankeschön. Oh, noch ein Schäden. Dankeschön. Ja, die tun mir nichts, also lasse ich dir auch. Äh, äh, genau, da lang. Das Ding entlang. Zur Brücke. Ich weiß gerade nicht mehr, irgendwie habe ich das Gefühl, dass... ... die Brücke kaputt gehen wird. Okay. Was bist denn du? Oh, oh. Oh, oh. Hä? Ach, komm. Ach, Mann. Ich bin irgendwie voll aus dem... Oh, lol. Aus dem... Aus dem... ... aus dem Takt raus, wollte ich sagen. Okay, das war ein Halbmensch, glaube ich. Wo war die Höhle? Die war da unten. Ah, ich muss runter. Ich sollte nicht hier oben sein. Okay. Was ist hier? Nix. Understandable, have a nice day. Gut. Ja, ich sollte da runter. Alle, hopp. Bam, 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 bananza. Dankeschön. Bam, 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 bam. Gibt es hier irgendwas, was mich überraschen könnte? Naja. Ungefähr. Du hast in der Art. Oh, shiny. Gibt es hier noch mehr, shiny, steini? Na gut. Ey, Junge. Ey, Junge. Oh. Oh. ok ja das war ja fast schon geschenkt ja super perfekt perfekte mein nekto oder so klar ok können die können diese alter wenn die pflanzen einen auf der brücke beschießen eigentlich mir ist gerade was aufgefallen ich habe schon wieder meine teil macht vergessen zu setzen ach mensch junge ein moment bist du da bist du sehr schön gut dass sie die patrouille ok lol ich habe mich schon gewundert warum da tote leute liegen aber ich bin vorbereitet doch nicht ja komm alter jawohl double kill jawohl perfekt getimt glas splitter glühstein dankeschön was du da einen faden goldschirm und der code alles klar ich glaube das waren einfach nur köder code und köder was ist denn das doch oh noch so ein ding erstmal schaue ich mich oder nein das wollte ich nicht halte das ist ich gehe lieber erst mal dahin schaue mich da um kann ich eigentlich das wäre eine große last dann nach man hier zumindest keinen nein das wäre auch eine große last na gut bleibe ich erst mal so für eine weile weile ok 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 n ok Tippe Tappel Toe. Oh. Okay. Gehen wir mal da runter. Oh. Die Höhle ist ja noch nicht mal auf der Karte. Oder die Höhle geht da wieder raus oder so. Oh. Hallo. Erdschlundhöhle. Ha. Okay. Okay. Ich geh mal wieder hoch. Ich hab da oben Items gesehen, die oben lagen. Das ist ja einigermaßen gut versteckt hier. Gefällt mir. So, da waren Items. Genau. Vermutlich wieder so ein Hinterhalt, oder? Duck dich, Junge. Ich wusste es. Wir haben uns gegenseitig nicht gesehen. Oder doch? Ich bin mühsicher, die haben mich gesehen. Genau, wenn beide Parteien einfach Stealth 100 haben. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Nein. Sehr gut. Regenbogenstein. Cool. So. Na, nimm. Okay. Das hat mich gerade ganz kurz verwirrt. Hier ist nichts. Nein, okay. Nop. Balamb, 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 balamb. Dann gehen wir in diese Höhle rein, würde ich mal sagen. Aber das Schwert rüste ich vielleicht lieber ab. Ja, ich glaube, das rüste ich mal lieber ab. Äh, da wären mir schon andere... äh... eine andere Ausrüstung lieber. So. Dann werde ich, glaube ich, die Fackel brauchen. Genau. Und... ich ziehe mir eine andere Kleidung an. Komm, ich... wieder, wieso auch nicht? Handschuhe... Handschuhe... Ah, okay. Handschuhe belasse ich mal so. Ach, komm, Schildkrötenpann. Na, wohl, dann bin ich wieder zu schwer. Äh... Ich ziehe die Stoffhose an. So. Und setze mich hin. Jawoll. Oh, das ist... Ist das nur eine Höhle? Okay. Ich habe zu spät reagiert auf das, was da unten war. Au. Au. Äh. Au. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Dö, 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 oh, oh, dö, dö, dö. Äh. Äh. Ich muss das hier nicht machen. Zumindest nicht jetzt. Jawoll. Äh, 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 äh. Alter, mach den Sprung. Äh, 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 äh. Bitte. Nein, nein, nein. Ach, das gibt's doch nicht. Das war doch so gut. Nein. Ach, das war doch so gut. Ach, man. Oh. Mann. Das war so viel besser gewesen, hätte ich das jetzt überlebt. Oh. Toll. Ich bin auch noch fast wieder rausgekommen. Oh, Mann. Na ja, okay. Eben halt so. Oh. Dankeschön für die goldene Rune. Komm, jetzt noch mal. Wow. Wow. Kurze gerade kommt da nicht ran. Also durch meine ich. Also ich meine hoch. Junge, nicht so mutig sein. Okay. Oh nein, eine Falle. Ratten überall. Es ist eine Rattengrube. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Wo komme ich denn nur hier raus? Was ist denn das hier? Das habe ich nicht gesehen vorher. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Glühstein. Mal fünf. Okay. Dankeschön. Guck. Mal acht. Dankeschön. Aha. Ah ja, die Truhe. Was ist denn da oben eigentlich drin? Was ist denn da oben eigentlich drin? Bevor ich die jetzt vergesse. Oh. Wie Blut. Oh. Wow. Ein eingelegter Schildkröte hat mal drei. Na gut, okay. Werde ich zwar nie essen, aber okay. Immerhin. Immerhin was zu essen. Das noch dreimal, okay. Mann. Wisst ihr, meine Intelligenz hat ausgereicht, um aus der Gruppe rauszurennen, aber... Ah. Mein Skill hat natürlich nicht gereicht, um zwei Ratten zu killen. Oh Mann. Okay. Ah. Ich hab doch noch... Ich hab doch noch, ne? Glühstein. Ah ja, ich hab doch welche gerade bekommen. Okay. Warte mal. Äh. Okay. Hier gibt's Käfer. Eins, zwei, drei. Drei Käfer. Aha. Okay. Okay. Alles klar. Ist das hier ein Boss? Hm. Ich hätte an sich genug. Es ist doch hier ein bestimmter Bossraum. Oh. Okay. Ähm. Okay. Okay, folgendes. Ich wurde gewarnt, einen Bären in... Oh. Kacke. Einen Bären in einer Höhle schlafend nicht anzupassen. Ah, jetzt hab ich's verbockt. Warum? Wieso? Also? Wieso? Der hat nix gemacht. Der hat keine Rolle gemacht. Jetzt ist es doch nicht gut. 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 100 zählen für meine Dumm... Äh. Runen für meine Dummheit. Was soll's? Gut. Und hier hin sollte ich noch nicht. Hab ich gehört. Aber zumindest sollte ich einen Bären in einer Höhle schlafend in Ruhe lassen. Oder in einer Ruine. Keine Ahnung. Nach Neugier ist der Katze tot, Leute. Merkt euch das. Ah. Ich stelle mich gerade aber auch so blöd an irgendwie heute. Dann gehen wir als nächstes... Egal. Äh. Da hin. Und ich nehme mir wieder den Zweihänder, äh, den Zweihänder, äh, die Gremor aus. Jo. Große Lass, bla bla bla. Schildkröte, schildröte, schildröte, okay, komm, ja. Oh, seine Blumen. Oh, seine Blumen. Okay, das war zurecht. Das war... Das war... So, kurz. Oh. Da scheinbar hat mich die Patrouille gesehen. Und scheinbar können die echt... Hoch. Bringen. Okay. Zu kurz. Ein noch längeres Schwert wäre super. Aber ich komme mir vor wie ein Mordro, dass ich nicht treffe. So. Äh. Jo. Hallo. Oh, Mann. So. Wie kann ich... Wölfe heraufbeschwören? Okay. Warum? Was gibt es hier? Waldfoliante Halbmännchen, alles klar. Halbmännchen gibt es hier. Wer ist denn das? Ist das ein Riese? Ist das ein Boss? Oder... Okay. Nicht aufstehen, Steuerung drücken. Mann, Mann, Mann. Äh, den Schlafenden... Oh. Wow. Nehme ich mal lieber nicht oder doch? Ach komm, ich habe Ehre. Oh. Selber schuld dafür, dass ich nicht wegrolle. Was war das? Okay, ich hätte vielleicht den zuerst mir anschauen sollen. Wow. Du Glückspilz. So, dann mach hin. Ich würde sagen so. Ach, er lebt. Beyblade. Letters. Alter. Sag mal. Anvisierung. Na, also geht doch. Mann, Mann, Mann. Ich könnte ja den Riesen eigentlich machen, indem ich einen auf Kavalerist mache, oder? Also nicht den Riesen, sondern den Haufen, der dort abhängt. Eigentlich. Außer dieser Riese ist irgendein missionsrelevanter Charakter. Ah, okay. Dankeschön. Eine Blutader. Vielen Dank. Adernplatz, oder auch so. Gibt es noch irgendwo jemanden? Hallo? Hallo Schädel? Waren das alle hier? Scheint so. Na gut, okay. Das waren die... Das war die Ruine hier. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das für eine Kreatur? Das ist nur ein Stein. Ach komm, so nicht. Dankeschön. Ein Faden. Ah ja, die Blume. Noch ein Stein. Äh, Schädel. Äh, nein. Ja. Kann ich mit dem Riesen reden? Eigentlich. Ist das einfach nur ein Feind? Da hat er einen Zauberstab. Also. Okay. Scheinbar ist das nicht falsch. Wer zaubern kann. Das wird nervig. Oh lol. Ja, das wird nervig. Sollte die Wolfskarvelkarte rufen. Ja, wohl die mache ich vielleicht später. Da kommt durch wie eine Abrissbirne. Oh wow. Oh wow. Ah, Junge. Wechsel das Ziel. Mensch, was ist denn los mit der Steuerung heute? Oh. 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 Also, geht doch. Ich heile mich mal. Ach komm, mit einem Trank. Der Riese hat mich in Ruhe gelassen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin so schlau heute irgendwie. Mann. Oh, bin ich schlau heute? Was? Oh. 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 Ey. 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 Mein Glück, ey. Jo, geht doch hoch. Warum auch nicht? Ach komm, weißt du was? Ich mach mal noch einen Zauber. Ich bin blöd, ich bin blöd, dumm, durchdämlich wirkt. Ach man. Starb der Halbmenschenkönig. Oh. Hallo. Kristallnova? Oh. Hallo. Und ein Adernblatt, okay. Der Halbmenschenkönig. Aha. Schauen wir uns das doch mal gleich an. Äh. Wo ist er? Da, sie kann ich sogar tragen. Schimmersteinstab. Das ist ein Zauberstab? Ist das ein Zauberstab? Ein Schimmersteinstab im Stil eines Zepters. Er war einst ein Friedensgeschenk an die Halbmenschen und kann auch von jenen geführt werden, die nicht mit großer Weisheit gesegnet sind. Doch die Narren an der Akademie belächeln ihn nur. Kein Talent. Oh. Okay. Kann ich damit zaubern? Ja, was hat das Ding für den Eingriffsschaden? Zauberskalierung 114. Oh. Das ist ein Zauberstab. Mit dem kann ich zaubern. Da wollte ich... Ah. Bin schlau. Okay. Okay. Das wird ja interessant. Ähm. Hier. Das Ding, was ich bekommen habe. Was war das? Hier. Ah. Fällt ein Stoß Schimmerstein-Splitter ab. Weisheit 18. Ich habe gerade mal Weisheit 10. Okay. Für Schimmerstein-Zauberei bin ich also nicht weise genug. Alles klar. Gut. Schade. Dann lege ich mal den schönen... Den könnte ich mir noch ein bisschen mehr anschauen. Sieht ganz nett aus. So. Weg mit der Fackel. Weg mit dem Stab. Äh. Wo ist das Schwert? Schwert. 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 Wo bist du? Da bist du. Ich meine. Was? Okay. Das war die Ruine. Glaube ich. Außer es geht hier noch irgendwo nach unten. Die Ruine nehme ich schon auf. Äh. 48 Minuten. Okay. Okay. Äh. Äh. Wenn es hier nicht weiter hoch geht, dann würde ich... Da sind Blumen. Doch, da geht es weiter hoch. Gut. Dann würde ich halt da hoch gehen. Oh. Ja, geil. Das ist echt super, äh, als Quality of Life Update, dass die das in Elden Ring so gemacht hat und dass man eine Gegnergruppe besiegen kann, um Flaschen wieder aufzufüllen. Oh. 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 Hallo. Oh, geht das schon wieder los? Ich bin dämlich, ey. Ich drücke Rechtsklick und nicht R. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Das ist... Das ist... Ich... Äh. Ich bin heute so intelligent, das tut weh. Alter. Wede. Ich bin heute so intelligent, das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid. Was? Was? Ich hätte auch eine Armbrust. Mal gucken, wie viel Schaden die eigentlich macht. Na ja, nicht genug. Also. Rechtsklick. Zauber. Ertränke. Nicht vergessen, ihre Rivale. Sonst musst du dir auf Ebay ein zweites Gehirn bestellen. So. Unkaut ist gejätet. Sehr schön. Flaschen aufgekühlt. Jawohl. Giftblut. Dankeschön. Und. Ein Trinassilie. Dankeschön. Dankeschön. So. Dann geht es doch da hoch weiter. Aber erstmal... Erstmal will ich hier das hier machen. Die anderen Pflanzen. Eins... Was habe ich gerade gemacht? Der Reihe nach. Eins nach dem anderen der Reihe nach. Das würde ich sagen. Oh. Das sind ja noch... Das sind ja noch welche. Okay. Daneben. Oh. Das große... Playmarschwert ist echt super, um Unkauts zu schneiden, ne? Voll super. So. So. Was haben wir hier? Glaubensknoten Kristalldrehen. Oh. Schönes Vogelbecken. Was macht das? Im... Äh... Kurzer Glaubensschub. Oh. Ein Arzneigemisch. Kurzer Glaubensschub. Okay. Ein Kristall... Blablabla. Kann in einer Flasche... Da wird es dann... Das resultierende Gemisch verstärkt kurz euren Glauben. Keine Ahnung. Alkohol oder... Oder... Oder wie oder was? Oder wie soll das sonst funktionieren? Wie soll ein Getränk den Glauben erhöhen? Achso, das Ding habe ich gelegt. Okay. Äh... Ja. Euer Ernst? Die sind voll wirkt. Dann müsste ich drauf. Ah. Mann. Mann 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 komische Geräusche. Boing, 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 hoch, da geht's hoch, wo geht's da hoch, da hoch, aha, ok. Weiter die Wand entlang, nicht springen, nicht springen, sehr gut. Hallo Reh, oder Hirsch, oder wie auch immer du hier gedankst du siehst, da war, die nur, sind das nur Waldmenschen, äh, Waldmenschen, Halbmenschen? Also geht doch. Oh, ein Falkschirm, Dankeschön. Habe ich jetzt zwei davon, nein, ich habe nur einen, ich habe aber so einen geglaubt, habe ich so einen schon gesehen, nur belieb. Oh, hallo, was ist das, achso, Wurzelharz. Hallo. Ich mag, wie das Ding aussieht, das Ding sieht aus wie ein Messer. Mensch, ich mag, wie das Ding aussieht. Oh, was ich das Ding aussieht? Ich mag, wie das Ding aussieht. Ich mag, wie das Ding aussieht. er ist zweithändig dass das wirkt so flüssig voll cool das ist ja voll cool voll cool voll voll cool ok ich trink mal einen trank naja die leuchtesteine lege ich mal wieder raus hier auf glühsteine genau wie viel schaden macht der fall schon noch mal diese war aber eine menge geschick probiere ich mal schung 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 so wohnen da hin Genau Oh, dankeschön Dankeschön Äh, dahin Genau, 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 genau Hm Das wird interessant Das wird interessant Ich glaube hierfür nehme ich Lieber nochmal Äh Das große Ding Die Claymore raus Ich nehme mal Lieber schnell die Claymore raus So Genau Das ist eine sehr gefährliche Giftwand dort Oh, der, warte mal Wo ist das nächste? Da ist das nächste Ding Oder folgendes Okay, ich habe eine Idee Ich verwende meinen Zauber Genau Das geht beritten? Ich kann beritten Oh, warte mal Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Nein, nicht Oh Für dieses Menü Könnt ihr Objekte Die Objekte, die ihr bei euch tragt In der Truhe lagern Oder gelagerte Objekte Aus der Truhe entnehmen Wenn ihr beim Aufsammeln Eines neuen Objekts Bereits die maximale Anzahl An Objekten bei euch tragt Wird das automatisch Wird das automatisch In der Truhe gelagert Oh Okay Habe ich noch nie da reingeschaut? Scheinbar Flaschen Äh Verteilen Genau Jawohl Okay Das geht dann nicht Dann nehme ich den Fall schon doch Hallo Voll cool Äh Nice Kann ich dort Wölfe heraufbeschwören? Das würde ich gerne nochmal wissen Dankeschön Dankeschön Leute Ich habe keine Zeit für euch So Das wollte ich nicht Äh Das wollte ich Die Kaischner braucht mich da unten Ne Nee Ach Nur Jetzt habe ich Noch eine Patrouille Also Oh man Ich hab mich da draußen A A A K Gad A A B Ein daughters B Ein 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 Cord sair Dann ich weiß nicht warum die kavallerie in total war warhammer im wald nicht so gut ich meine es geht doch gut ich wollte eigentlich ein sprung angriff machen aber okay so geht auch so dann wenn sie nichts mehr zu looten gibt versuche ich mal noch mal nein böse böse ich trinke weil ich so schlau bin hallo das hat nicht so gut steige ich lieber vom pferd ab steige ich doch lieber vom pferd ab ich dachte ich kann ihm dachte ich kann konnte im vorbeireiten hier mit schweif bei machen sozusagen ist hier aber scheinbar nicht gut ist halt so Warum trinke ich? Warum trinke ich eher, wenn ich da stelle von rechts gehe? Habe ich einen Tumor oder was? Ey, ich bin heute auch irgendwie außerordentlich dämlich. Ich bin heute wirklich außerordentlich dämlich. Na gut, ich habe Gegenmittel, also ist es nicht so schlecht. Äh, schlimm meine ich. Hm, na gut, wir haben den schon mit. Zweimal, Dankeschön. Hm. Ne, Gasmaske wäre ganz gut. Feuer! Das ist es doch. Feuer, Feuer, Feuer. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie wäre es mit Feuer? Wie wäre es denn mit Feuer? Das sind doch Pflanzen, die müssen doch sicherlich gegen Feuer, äh, ne? Moment mal, das probiere ich mal jetzt. Ja, komm, mach den sauber. Theoretisch schon, aber ich glaube, das funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir dachte. Okay, ich hätte mir mehr Schaden erhofft gegen eine Pflanze. Ja, nö. Nö, das ist nicht so effektiv. Weil, ey, ich komm, ich will nicht Fußball spielen, ich will, na also. Dankeschön, die Fackel nehmen. Gut, dann weg mit der Fackel und zurück zu der vorigen Strategie. Gut, dann gehen Sie. Also geht doch. Möge das heilige Feuer euch reinigen. Das war ja knapp. Das war ja mal sehr knapp. Was passiert, wenn ich eigentlich meine Welle ziele? Oh, ich bin vergiftet. Oh nein. Oh nein, ich bin vergiftet. Oh nein. Bloß keine Vergiftung. Oh nein. Oh nein, eine Vergiftung. Oh nein. Bloß nicht. Bloß bitte nur das nicht. Gut, nehme ich doch gerne. Oh nein, ich bin vergiftet. Oh nein, was tue ich denn bloß? Ja. Die heilige Flamme reinigt. Ich bin sicher, du wirst das machen. Oh nein, ich bin vergiftet. Nice. Was hat mir das hier gebracht? Nix oder was? Ja gut, okay. Erfahrung würde ich mal sagen. Und Pilze. So genau da. Oh, fehlt einmal so. Öh. Öhh. Boah, diese Federmäuse... ... ich brauche eine größere klinge oder ich muss die irgendwie in die ecke treiben dankeschön so hatte nicht eine loot gehabt oder oder habe ich doch schon genommen weiß ich was haben wir hier tunnel von morgen okay wenn ich habe wieder nicht nach oben also auf die seite auf die seite gedruckt moment da ist nichts es scheint alles alles sauber zu sein da ich glaube wie es da weitergeht sehen wir erst in der nächsten folge weil wenn ich mich wenn ich mir richtig die zeit gemerkt habe jo eine stunde und 15 minuten dann würde ich sagen danke fürs zuschauen entschuldigt meine in meine überraschende inkompetenz in dieser folge und ich hoffe euch bei der nächsten folge eldenring begrüßen zu dürfen danke fürs zuschauen und schutz auf wiedersehen ciao